Eine offene Gruppe für Künstler, aller Sparten, mit Kunst im öffentlichen Raum, mit Ziel Aufklärung. Also ich habe noch eine Ankündigung zum Ankündigung zu machen. Und zwar werde ich eine Gruppe gründen, eine offene Gruppe für Künstler, aller Sparten, mit Kunst im öffentlichen Raum, mit Ziel Aufklärung. Das Ganze werden wir nennen Frontal, also die Gruppe heißt Frontal. Ich werde mich da selbst beteiligen, mit dem Recht auf die freie Rede. Und jetzt noch ganz kurz, wie definiere ich Kunst? Also ich definiere Kunst mit Leidenschaft oder durch Leidenschaft. Ein Tischler, der sein Herzblut in die Herstellung eines Sessels legt, ist genauso ein Künstler wie ein Arzt, der seine Arbeit liebt, ist genauso ein Künstler wie ein Koch, der für seine Küche die pure Leidenschaft empfindet. Das soll heißen, dass jeder, der eine kreative Ader in sich spürt, eingeladen ist, sich dieser Gruppe anzuschließen. Ich hoffe auf rege Beteiligung und ich werde in den nächsten Tagen mit den ersten Aktionen beginnen. Also ich habe diese Gruppe heute gegründet. Man findet es groß geschrieben frontal auf Facebook. Es ist noch nicht sehr aussagekräftig. Danke. 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 Danke.